Nachdenkseiten. Die kritische Website. Strack-Zimmermann bei Luftwaffenbesuch. Und wenn's dann noch Spaß macht? Ein Kommentar von Frank Blenz. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist dieser Tage einer Einladung des Inspekteures der Bundeswehrluftwaffe nachgekommen. Bekanntermaßen tat sie das gern, gilt sie doch als ausgesprochen innige Lobbyistin des Militärischen in unserem Land. Sie veröffentlichte ihren Besuch bei der fliegenden Truppe folgerichtig mit einem coolmeinenden Beitrag in sozialen Medien. Formulierte überaus salopp. Gesponsert als Werbeanzeige, finanziert von der Bundestagsfraktion der FDP. Strack-Zimmermann hob geradezu ab, als wäre sie Darstellerin eines US-Action-Films. Und ja, sie sah richtig schick aus in Pilotenmontur und durfte sogar mitfliegen. Da fragt man sich, was sind das nur für Zeiten? Ein Zwischenruf. Beim Anblick des Fotos der kleinen Dame mit weißem Kurzhaarschnitt beim Luftwaffengeschwade 31 Bölke bei Köln, der im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist, bleibt mir die Spucke weg. Ihren Kommentar kann ich nicht teilen. Ich empfinde keinerlei Verständnis oder etwa joviale Sympathie, weil es hier eigentlich lediglich ein Besuch einer Politikerin bei unseren Verteidigern ist. Doch gerade brennt in Europa die Luft und jede Geste der Abrüstung wäre eine richtige. Wäre sie zu Hause geblieben, rufe ich dazwischen. Sie, die Lobbyistin des Militärs, indes schwärmt und meint, einen der aufregendsten Tage ihres Lebens gehabt zu haben. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann schreibt am 26. August via Facebook, Zitat, Gestern erlebte ich einen der aufregendsten Tage meines Lebens. Dank einer besonderen Einladung des Inspekteurs Luftwaffe hatte ich die Gelegenheit, in einem Eurofighter mitzufliegen. Der Flug fand beim taktischen Luftwaffengeschwade 31 Bölke in Nörwinnig bei Köln statt. Und ich kann nur sagen, top Gunfeeling pur. Bevor ich in den Chat steigen konnte, wurden natürlich alle nötigen medizinischen Checks durchgeführt, die ich glücklicherweise bestanden habe. Manche fragen sich, warum setze ich mich in Panzer- und Kampfjets der Bundeswehr? Die Antwort ist einfach. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich nur so authentisch und glaubhaft für die Interessen der Soldatinnen und Soldaten eintreten kann. Und ja, ein kleines bisschen Spaß hat es natürlich auch gemacht. Ein großes Dankeschön geht an alle, die diesen unvergesslichen Flug möglich gemacht haben. Allen Soldatinnen und Soldaten, die tagtäglich ihren Dienst für uns verrichten, zolle ich Respekt. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, diese Erfahrung zu machen. Zitat Ende Marie-Agnes Strack-Zimmermann In Kurzform lesen sich Strack-Zimmermanns Einlassungen auf Instagram so. Zitat Top Gun Feeling bei Strack-Zimmermann. Das hat sie jedenfalls selbst über ihren Besuch bei der Bundeswehr gesagt. Da ist sie nach Einladung des Inspekteurs der Luftwaffe in einen Eurofighter gestiegen und konnte mitfliegen. Bei all dem Spaß. Man kann sich nur glaubhaft für die Interessen der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr einsetzen, wenn man vor Ort ist und die Praxis miterlebt. Und wenn es dann auch noch Spaß macht. Wir danken allen, die bei der Bundeswehr für die Interessen unseres Landes eintreten. Egal ob auf dem Übungsplatz, im Ausland oder in der Verwaltung. Zitat Ende Reaktionen im Netz blieben nicht aus. Hier einige Wortmeldungen unter Strack-Zimmermanns Beitrag. Perfekt. Ab an die Ostfront in der Ukraine mit der Dame. Ist dann doch mal ein Vorbild. Oder? Endlich mal den Worten auch Taten folgen lassen. Super. Besser morgen als übermorgen. Und alle, die für weitere Waffenlieferungen sind, bitte unbedingt mitnehmen. Hurra! Oder vielleicht ist dann ja endlich bald Frieden dort. Und die sollte man sofort an die Front bringen. Mal gucken, ob sie dann immer noch Spaß empfindet. Kriegstreiberin. Und eine furchtbare Frau. Und auch solche Wortmeldungen sind zu lesen. Endlich mal Politiker, die sich für die Truppe interessieren. Sagenhaft, ich bin begeistert. Oder mutig. Einen Nachdenkseitenartikel habe ich zur gleichen Zeit auf dem Schirm. Krieg ohne Krieger. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Ich lese und bin fassungslos. Zitat. Diese Soldaten kämpfen tagtäglich. Genauer, sie müssen das. Das heißt, sie greifen an und sie verteidigen. Sie sitzen in Panzern, Kampfhubschraubern und Flugzeugen. Und sie sind hinter der x-ten Verteidigungslinie in Schützengräben verschanzt. Sie bedienen Raketenwerfer, Langrohrkanonen, Mörser und Haubitzen. Sie starten Drohnen und Marschflugkörper. Sie schießen mit Panzerfäusten, Granaten, Raketen, Schmetterlingsminen, Streumunition und abgereicherten Uran. Sie beschießen militärische und sie beschießen zivile Ziele. Kurz, sie zerstören, sie verletzen, sie töten. Und sie werden verletzt und getötet. Zitat Ende. Die Zeilen sind nicht aus einem Roman von Erich Maria Remarque. Sie beschreiben den derzeitigen fortwährenden Kriegsalltag in der Ukraine. Von wegen Top-Gun-Feeling. Die FDP-Bundestagsabgeordnete posiert für schöne Fotos und empfindet dagegen Top-Gun-Feeling. Ebenso kantige, treffende Fotos, Worte, Termine in Sachen Abrüstung, Diplomatie, Verhandlungen, Friedensforderungen. Bei ihr völlige Fehlanzeige. Stattdessen bestätigt die Politikerin aus dem Rheinland mit ihrer Militärshow, wofür sie steht, was sie umtreibt. Und sie ist enorm umtriebig. Hauptsache, es hat etwas mit Wehrhaftigkeit, mit Rüstungsindustrie, mit Feindbildern, mit Aggressivität zu tun. Strack-Zimmermann gehört erlesenen Kreisen an. Dem Förderkreis Deutsches Heer. Der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik. Sie hält den Vorsitz des Verteidigungsausschusses inne. Wie bei ihren aktuellen Posts im Netz äußert sich die Freundin der Rüstungsindustrie schon mal lässig zum Thema Rüstung und Geld verdienen. In einem Interview für die Süddeutsche Zeitung formulierte Strack-Zimmermann, was es braucht, um als Bundeswehr eine Daseinsberechtigung zu besitzen. Was wir brauchen, das mag martialisch klingen, sie brauchen, um aus Sicht der Bundeswehr zu agieren, ein Feindbild. Der Feind bei Strack-Zimmermann heißt der Russland. Gute Laune lebt die Politikerin gerade in vollen Zügen aus. Was Wunder. Die Ausgaben für Rüstung werden erhöht. Die Ausgaben für Soziales gerade gekürzt und oder eingedampft, wie beispielsweise bei den Finanzen für die Kindergrundsicherung. Statt zwölf gibt es dank der Knausrigkeit von Strack-Zimmermanns Parteikollegen und Finanzminister Christian Lindner für die Reform gerade mal 2,4 Milliarden ab 2025. Prioritäten haben die zwei Politiker eben andere. Doch zurück zum Top-Gun-Feeling von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ein weiterer Leser fragte direkt mal nach. Zitat. Da sie ja immer so begeistert von Waffendieferungen sind, um den Krieg mehr und mehr zu pushen, wäre es doch gut, sie fliegen in die Ukraine mit dem Chat und kämpfen selbst. Wäre das eine Idee? Zitat Ende. Was die Politikerin dazu sagt. Mir fällt ein Spruch vom eingangs erwähnten geschätzten Schriftsteller Remark ein, der einst sinnierte. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hin müssen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.